Hallo und herzlich willkommen! Wir sind in einer anderen Runde Battlefield mit der Beise der SS-Stürmdruppenkommandant, mein Handy und der King. Unklugreich ist Deutschland! Wir sind die Briten. Wir sind die aufnehmen, sonst war die immer nicht vollgegangen. Irgendwiss sind immer noch die Briten. Ich bin überläufig, ich bin eigentlich ein Deutscher. Du bist wieder in Kackspass. Außerdem bist du in das Kaiserreich, das hat man nicht heilt. Du musst schreien, wenn dann für den Kaiser. Für den Kaiserreich. Für den Penisgott! Kali, warum schreist du auf ihn? In welchem Buch Zeit geht das? Weiß ich nicht. In einem. Können wir überhaupt noch zu sehen, Map? Das stimmt. Ich bin immer noch zu sehen, Map. Ich bin immer noch Team! Okay. Wir können nur gewinnen. Wir können nur gewinnen. Typischer Italiener. Weiß die Trades in der Fall. Ja. Sagte die Italiener. Ich hab uns nicht bequeredet. Das muss man ihm hoch anrechnen. Normalerweise wäre er wieder in alten Flogenheiten verfallen. Oh ja. Oh, wir nehmen wieder Gauland. Wir müssen das Pferd reiten. Und ich hab noch einen DirectX Fehler. Ja. Bitte richtig betonen. Gauland. Gauland. Ich hab eine 87 Ti. Die sollte doch in Ordnung sein, um das Spiel auf Mittel zu fehlen. Nö. 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 Es lag bei mir auch nicht. Nö. 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 Ja, zwei Sniper haben mich instant ins Visier genommen. Ich schau kurz einmal raus, zack, haben die mich schon. Das ist unglaublich. Langsam! Nein! Dieser Hirnsohn! Da schießt mich der Scharfschütze weg. Gauland, das Pferd, hat nicht lange überlebt. Wem wundert's. Ich glaube ich muss mit dir mal zum Psychiater, Ali. Wieso? Nein, das ist eine Pferde, Ali Gauland zu sehen. Ja, gleich haben Ali Gauland. Hieß das Pferd in dem Game nicht Frieger? Nein, das war nicht Prinzessin. Yo, ich bringe drauf. Ja, hallo Panzerfahrer. Ich müsste mir auch mal irgendwas abschließen können. Mein Sicht wird gleich beschränkt hier im Panzer. Ich schaffst du die Nevisenzweiten zum Dauland? Das Pferd. Hey, wir wollen nicht politisch. Das Pferd. Und ja, das funktioniert so. Ich denke, das funktioniert gerade nicht. Ich denke, so funktioniert das nicht. Vor allem King Gravitage-Bereich. Ich denke, das funktioniert gerade nicht. Wenn du nicht politisch sein willst, dann kannst du nicht politisch sein willst. YouTuber hat kein Ort für Politik. Nein! Denn unsere Politik ist unsere Religion. Wir glauben alle an den großen Gott-Imperator im Himmel. Ich glaube, das fliegende Spaghetti-Monster. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Hey Fanta, dreh dich mal. Ich würde auch gerne mal abschieben. Geh in der Hand, es geht rum. Easy. Komm, geh mal raus. Da kannst du... Ich krieg uns selbst bei dir. Warte dich. Das habe ich in Facken-Double-Kill gemacht. Ja, Mann! Du bist gestorben, hast du das Spiel verlassen. In Warteschlange. Premium Priorität 1. Komm ich irgendwie auf das Haus rauf? Wer läuft das Haus rauf? Ich habe ja... Ali, du weißt doch. Ich habe doch so eine... So eine... So eine Luft-Diffusor. Gell? Was? Ein Luft-Diffusor? Weil du einen Heizlufter? Nein, nein. Der Diffusor, der... Wo ich die Öle reinkomme. Weil es ist ein Heiz. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Geh in Wiesor oder Bayern, Diffusor. Ja, der heißt... Wir haben leider. Äh, ich habe jetzt... Ich habe jetzt Kaffee... Öl ist nach Kaffee. Lass uns mal Kaffee. Lass uns mal Kaffee. Okay. Das ist mega geil. Muss auch auf 8 Zeit... Slitzingeln. Das ist doch nach kaltem Kaffee, aber das ist nicht... Wir haben Einsatzziel Bertha erobern. Ja, wir haben die Bertha erobern. Ja, wir haben die Bertha erobern. Die olle Bertha. Ja, wir haben die Bertha erobern. Oh! Oh, yeah. Oh, yeah. Wow. Mein Panzer ist in die Luft geflogen. Den Panzer wollte ich gerade nehmen. So ein Hund so. Da ist einer für lange Zeit gebannt worden. Echt? Mhm. Die stand gerade im Chat. Wir haben die so scheiß Cheater hier. Wenn da jemand gebannt... Oh! Habt ihr das wirklich schon? Einer wurde in... COP... Also einer... Game Designer von... Battle Tears... Wurde in... COD gebannt. Gerüchte zufolge, weil er zu gut war. Weil keiner glaubt, dass er zu gut ist. Es ist dann irgendwie ziemlich sad, wenn es wirklich so ist. Dass man gebannt wird, weil es gut ist. Nein! Ja, ist doch klar, oder? Unglaublich. Ich bin immer noch in der Warteschlange. Ich bin immer noch im Game. Ich bin immer noch tot. Also wieder. Ja. Ich habe eine Referenz, die Ali verstehen wird. Die schicke ich ihm. Mich und ich verstehen. Niemals. Ich habe gesagt, eine Referenz, die du verstehen wirst. Niemals. Oh. Ich muss mir noch Bingen anschauen. Ähm. Wir haben halt das Mühlen kennenzulernen. Das ist ganz normal. Ich weiß. Ich habe die ersten zwei Folge schon gesehen. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Ja, ähm. Ich wollte jetzt bei ihm einsteigen. Hey. Kann ich nicht. Ich gerade wo. Ich bin drin. Alter, ich habe dich gesehen. Alter, ich habe dich gesehen. Nein. Und ich komme mit Bamba! Ich bin Bamba-Pilot. Ich bringe euch den Tod. Aber wir wollen doch nicht plühtig sein, ne? Bin ich ja auch nicht. Möchte hier noch singen, Türke, Türke. Was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? War das nicht von den Onkels? Ja. Echt nicht? Jetzt bin ich täuscht, ja. Nein, das würde ich gehen. Du bist ziemlich Eis. Yo! Ich bin Bomberpilot. Ich bring euch den Tod. Wir haben Einsatzziel Friedrichs erobert. Schau dir meine Arke! Auf Munition! Ich zugele mal kurz. Ähm... Ich werde sogar aufgehoben. Ähm... Der liegt da oben. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. I'm on fire. This girl is on fire. Okay, das war vielleicht nicht von den Onkels, aber die haben auch ein ziemlich rassistisches Lied gegen die bösen Onkels. Und gut, dass ich das googelt, während ich die Aufnahme habe und nichts passiert. Ein feindlicher Panzerzug ist... Ja! No! Wir haben bestimmt getroffen! No! No, Junge! Panzerzug! No! Nicht gut! Zumindest ist er feindlich! Wir haben die Oberhand! Heißt, wir sind vorn! Ich wurde getroffen! Ich auch! Ich werfe der Granate auf! Pass! Ich werfe der Granate auf! Nein! Halt doch! Weil ich schieße ihn! Oh! Als ob er schieße mich, weil ich bin tot! Ich bin tot! Ach, sorry! Das Lied ist von DJ Adolf! King! Die Autos haben auch irgendwie Türke raus oder so! Nein! Ich soll in kein Flugzeug steigen. Der hat mich geseehen! Der hat mich geseehen! Hey Jungs, wir gewinnen mal ne werfe Spielwerte. glaub ich. Oh Gott! Nehmen wir mal Panzer die ganze Zeit! Wenn sowas passiert, kann man schon mal eigentlich übersehen. Oh, das ist doch unser Panzer gewesen. Oh, dein Pferd! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Ja! Wer hat denn den Revolver entwickelt? Hurenpanzerzug, ey! So, ich bin hier in der Deckung, ich fährt jetzt nicht. So, ich bin bitte, Panzerzug wechseln. Wir funktionieren das Spiel, oder? Fast. Hey, Ali! Das ist doch die Panzerzug hinmacht. Wie geht? Das ist doch nicht wahr! Nein, Brüner! Du wirst sterben! Seid ihn vorhin, ey! Nein! Seid ihn doch vor mir! Ja, ich hab sie gerade für mich! Ja! Ich hab dich extra vorlaufen lassen, damit ich dich sehe! Und lieber David, bist du gut! Mieser Wichser! Ey, kenne ich, was traurig ist! Ich bin in Ewigkeiten einfach reingedrungen, und hab fast gedacht, dass du das funktioniert! Jep! Unmerklich! Wir verlieren Einsatzziel David! Ja, aber ich bin ja auch irgendwie mehr, ähm, kacke dauernd. Und googeln! Komm mal zum Boden! Ja, wohin hinten! Wie so ein Kett von Zoos, ey! Ja, Alter! Genau! Zumindest zählt dir das Kill! Häh! Du, die müssen den C annehmen! Wie er muss denn, Juhl denn ausbritzen? Alter! Scheiße, wer sitzt, ey?! Das war mit Cabmans-Wort! Ja! Wir distanzieren uns von diesen, äh, Ausdrückungen, hinter den Videos! Ja! Ich will das nur noch so haben! Ich will das nur noch machen! Ich will das nur die hier und mich, von King, ausdrücken! Ich will das nur noch machen! Ich will doch nur Cabmans nicht hier! Ja! Ich will doch nur Cabmans nicht hier! Jungs, die schnappen und fangen gerade F weg. Ach was. Wir schnappen jetzt C weg. Den elendigen Hurensöhnen. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich auch gestorben. Friedrich verloren. Friedrich! Frieder! Nein! Ich bin nicht hier im Auto. Der Panzer ist zugesehen. Das ist nicht Jules, Ali. Echt? Denkst du zu? Ja. Ich bin nicht bei euch. Ich bin bei F. Julian! Ich bin bei F! Ich stecke rein bei uns, wir stehen neben dir. Nein, wir stehen neben Jules Mercer! Ich kann nicht mal aufsteigen. Doch! Schöne! Das ist das neue Taxi! Und gleich werden wir alle sterben. Ich hab kein Tacho! Und kein Drehzahlmesser! Ja! Ali, wie oft bist du gestorben? 14 Mal? Ja! Wir sind jetzt vorne gestorben! Wir sind vorne gestorben! Wir sind vorne gestorben! Also ich war richtig kacke und bin trotzdem vor euch. Ja! Es wundert mich, dass ich so wenig weniger killte als Ali. Eigentlich hab ich so gemerkt jetzt. Alle haben einen Kill mehr als ich. Hä? Du hast einen Kill mehr als ich! Wenn ich zu groß gehe, bin ich besser unterwegs, Ali! Hä? Fünf Kills! Ich hab vier! Nein, ich hab einfach nur ein scheiß Kurzzeitgedächtnis, Ali! Jules hat einen MG! Irgendwas hat uns grad gehittet! Ey! Du hast einen Bumot! Fahr zu B, Fahr zu B, Fahr zu B! Ich fahr bestimmt nicht dahin, wo wir bombardieren werden! Natürlich! Mein Kamerade! Nimm Wasser! Das Ding ist hin! Mach was! Jau! Alter! Lass mich einfach mal in der Hölle stehen! Hey! Tut mir los! Ich bin mir gelassen! Das ist ne Lüge! B erobern! So, ich benutze jetzt viel Autor hier als Steckung! So, ich benutze jetzt viel Autor hier als Steckung! Ich hab ihm aber zwei Hälfte abgezogen! Jau! Das steht vor mir! Das war's ja mal wieder komplett! Komplett war das das wieder! Nein! Das war's ja mal wieder komplett! Oh, Alter! 1! Artillerie-Wagen! Der Einstiegsspieler ist gefahren! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren! Wir gehen zu Cäsar! Ich bin gleich wieder tot! Beinahe ich jetzt ein Artillerie-Wagen! Arm und der Wechsel! Junge! Ah! Ah! Deine Position ist ein Fahrzeug abwehrend! Ich krieg das auch auf Boden! Der Wasserprinze! Auf einmal kommt der Panzer und fährt voll über mich drüber! Hahaha! Ja, geh geh! Läuft bei dir jetzt! Ja! Wirklich lag so da! Und auf einmal so kommt der Panzer von oben! Ah! Scheiße! Bestimmt angenehm dafür! Sehr! Ich rach so nach Hühnchen! Nach KFC! So! Ja! Da sind ja nur Panzer drin! Ich habe ihn im Schlag nach vorne! Ja, du! Ich stehe neben dir! Wir verlieren Einsatzziel David! Hau einen! Ja! Ich sehe ihn! Oh oh! Er macht einen Boom bei uns! Wir haben Einsatzziel David verloren! Ach nee! Wir haben David verloren! Nicht damit! Boah! Panzerhaft! Grenade! Nein! Das gibt's nicht! Das kann's jetzt nicht sein! Ich schieße auf sein Kopf! Ich sehe, dass da eine Kugel reingeht! Ich geh drauf! Weil er mir zweimal eingeht! Was ist das? Was ist das? Wir haben Einsatzziel David erobert! Ja! Wir haben David wieder! Mein bester Kumpel! Also ich habe zumindest jemanden getötet! Von einem G-Kugel zum Pante wie Lufgänger mit drin haben! Das ist nur ein kleines Füßiger! Das ist ein Füßiger! Wir verlieren Einsatzziel David! Nicht schon wieder David! Lass ihn doch mal ruhig! Bei David sind so viele! Nein! Ja! Keine Chance! Ja! Keine Chance! Die hacken doch teilweise so schnell wie die Scharftels an! Ja! Nein! Ich bin aber nicht durch! Nein! Aber die Scharftels, wir gehen einfach ins den an! Jetzt auf einmal kommt das! Ja! Ich spring! Ich crouch schnell in den Abgrund heranschreiben! Abgrund rüber! Ich krieg schon den ersten Schuss für den Titel Schrauben! Abweißen! Dieser Pante ist gefallen! No! Ja! Ich schieße mit ihm auf! Mit dem MG auf ihn! Ja! Ich treffe dich nicht! Mama! Ja! Bis heute ziemlich schlecht! Boah! Ach komm ey! Dreck Zeppeli! Aber! Den Sieg den haben wir eigentlich nicht mehr! Mein Gott! Ich hab den! Ich hab besser falsch platziert! Komm! Man kann den dann nicht mehr abbauen! Das ist halt so quasi! Der Sieg ist unser Kamerad! Der Sieg ist unser Kamerad! Der Sieg ist unser Kamerad! Alter! Du Hornshot ist! Ich geh nicht mehr aus dem Panzer raus! Nein nein nein! Ich bin auch im Panzertent! Ich ziehe da jetzt nicht mehr raus! Ich stehe aber in S5! Ich stehe aber in S5! Jaaaa! Wir haben hier den Kaiser gewonnen! Dank Quentin! Also Zuschauer! Das war unser erster Sieg! Jo! Bis beim nächsten Mal wieder rein! Wenn wir alles zerficken! Bis dann!